Ganz wichtig ist, wir sind jetzt im Oktober, zu Beginn des Herbstes, Fuß vom Gas an relevanten Stellen. Also das sind insbesondere die Gefahrenbereiche, die auch mit einem entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichnet sind. Also als Gefahrenstelle für häufigen, für plötzlichen Wildwechsel. Insgesamt gilt natürlich in Bereichen Waldschneisen zum Beispiel oder auch in Bereichen, die man selber als Verkehrsteilnehmer kennt auf seinen Strecken. Dort, wo häufiger Rehwild auftaucht, Fuß vom Gas, vorsichtig fahren. Ganz wichtig ist, Sie sind als Verkehrsteilnehmer verpflichtet, einem Jagdausübungsberechtigten, also einem Jäger oder eben der Polizei Kenntnis zu geben. Da den meisten Verkehrsteilnehmern aber natürlich nicht bekannt ist, wer ist jetzt der zuständige Jäger, rufen Sie die 110, informieren Sie die Polizei, dass es einen Wildunfall gegeben hat. Hier wird Ihnen weitergeholfen.